Ja hallo und willkommen hier zurück zu Dead or Alive 5, ich hatte gerade jetzt einen Probekampf gemacht, um nochmal kurz reinzukommen, weil ich es lange nicht mal gespielt hatte, weil ich eigentlich eine Zeit lang keine Lust dazu hatte, letztens hatte ich mit Mila, Helena und Kokoro im Arcade den Einzelspiel durchgespielt, ja hier steht nochmal alles hier, heute kommen die nächsten drei, Bayman, Christy und Rick, ich hatte von Sarah als Testcharakter benutzt, hat sich Kostüm 1 oder 2 gehabt damit, ich spiele einfach mit Kostüm 1, so, ha, das habe ich wieder vergessen auf die Zeit zu gucken, die ist zwar lecker, Ich denke mir einfach, ich nehme jetzt schon einfach eine Minute auf und Momichi ist mein erster Gegner So Ich finde das ist im Fall leise, die Musik Oh, ich wollte ja gerade einen Angriff machen Oh, zwei Runden nacheinander, perfekt, was ist denn da los? Genau, geh nach Hause Bellman vs. Center, Bass Bass, Center Bass, Center Lalalala So Ey, Center, willst du mal hier runterfliegen? Du fliegst auch gerne Du fliegst auch gerne Siehst du? So Genau, geh nach Hause Es ist noch kein Weihnachten Na, Tora Ja, bist du? Ich bin auch bereit Oh Was war das denn? Aber wenigstens hat sie keinen Angriff gemacht Man merkt es total, dass sie auf einfach sind, die Gegner Oh Sie hat Den Kombo Nacheinander perfekt Zu machen Unterbrochen Er merkt es jetzt, dass es um Leben und Tod geht Weil sie den ersten Eingriff gemacht hat Jackie Ja, meine Taten werden gleich sprechen Und zwar meine Fäuste und Mein Meine Füße Und ich hasse diesen automatischen Angriff Oh So Hast du davon Oh, schon wieder Den automatischen Block Äh, Angriff Von Jackie Das hasse ich Das Problem ist ja Er macht es wirklich automatisch Schade, hättest du nicht den letzten Punkt verlieren können So hast du jetzt davon Die eine Mation kennen wir doch schon Alpha Alpha, sag mal das Alphabet Also Jackie hat da eigentlich großartig auch keinen Angriff gemacht Nimm diese automatischen Angriffe Zähle ich nicht mit Oh Nein Ich wollte erst gerade auch so wie Sabine Aber das geht ja nicht Au Nein, was, nach einem Angriff Oh Gott, Alter Das war noch knapp Ah, so greift er Na komm schon Was Der war gut Aber trotzdem hast du verloren Genau Elliot Oh, hab ich deine Mütze jetzt weggeschlagen So Oh, wer kocht denn da Ich mach gleich das Fenster wieder zu Ich krieg langsam Hunger da drauf Nein, ich krieg keinen Appetit drauf Also ich krieg Hunger da drauf Weil Ich Hunger habe Gerade Also jetzt Also schon die ganze Zeit Aber ist auch langweilig Jedes Mal dieselbe Animation zu sehen Was ist Honoka? Willst du kämpfen? Aber Honoka ist schon die Süße Na komm Honoka Oh, die ist so süß Falls ein sechsten Teil kommen sollte Ich hoffe, dass sie auch dabei ist So wie Mary Rose Mit ihr kann ich am besten umgehen Ich schlag nochmal dahin Obwohl sie schon K.O. ist Geh nach Hause Red Run Du bist mein Endgegner Nein Der war mies Also mies nicht Der war gut Aber nicht zu gut Äh, nicht zu gut genug Komisch Gegen Elliot habe ich Bei den kältesten Orten der Welt gekämpft Und jetzt Red Run Bei den heißesten Orten Sage ich jetzt mal so Also jetzt hier im Spiel So Der erste Durchgang ist schon mal fertig Jetzt kommt der zweite Durchgang Na jetzt könntest du irgendwie Bäm aufreißen Fußarbeit ist alles Wie, keine neue Musik? Ah, er hat wenigstens Den vierten Platz erreicht Jo Kazumi ist immer noch am Schlechtesten gewesen Ja, mach's mal Wieso trägst du jetzt nicht auf okay? Hallo Das macht nicht weiter Hallo Was ist denn jetzt los? Ah Ich musste kurz wieder ins Menü gehen Und dann Hat es funktioniert Im Menü wird es sogar so nicht Aufgenommen Deswegen hat ihr bestimmt Diesen kleinen Musikcut gehört Sage ich jetzt mal Wahrscheinlich Also falls überhaupt einer Kam So, Kurs wählen Aber wie sie es erstmal Nicht gemacht hat Also nicht reagiert hat So Ob jemand noch Alpha einholen Einholen wird Das ist die Frage Sein aus Kostüm ist das hier Christy Brille nehme ich Da ist ja nichts anderes Oh Gott Na gut Na gut Na gut Na gut Und jetzt wird's ernst wupsala so go boom bing 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 b Was? Oh, der hat mal einen ordentlichen Angriff gemacht, nicht so einen automatischen Angriff. Ich bin eine Schlange. Nein, war mein Fehler. Oh, ich wollte nur wissen, wie sie greift, aber so geht's auch. Kennen wir schon. Mela. Oh, die sagt mal was anderes. Dieses Kostüm ist mir neu. Okay, ob ich das auch noch freischalten kann oder ob ich das extra kaufen muss. Mit dem einen ist es wirklich eine Frechheit. Die Kostüme. Dass die meisten Kostüme eigentlich kaufen muss. Okay, klar, die waren zwar nicht eingeplant oder so, aber der Preis ist mir einfach übertrieben. Für, für kostet ein Kostüm drei Euro oder so? Nur für ein lächerliches Kostüm. Okay, wenn es bestimmte Kostüme sind von einem anderen Spieler, also dann ist es eine Sache, aber einiges. Okay, es sei denn, diesen geplant worden einzufügen, dann ist es erst recht, ähm, oh schon, das Kostüm. Was wollte ich jetzt sagen? Also, wenn die eingeplant wurden und dass sie dann Geld verlangen, das ist eigentlich eine Frechheit. Wenn es auf Wunsch von, ähm, Spieler sind, dann ist es, ist es verständlich, dass die Kostüme, ähm, kaufen muss. Aber wie gesagt, wenn die schon vorgeplant, also schon lange geplant sind, dann finde ich das wirklich eine Frechheit. Was meint ihr, findet ihr sie jetzt auch als Frechheit? Also, ich bin meine Freunde, das Kostüm.